Heute habe ich mich dazu entschieden, mir die Augen wegzulasern. Dazu stelle ich etwas her, das sich Blitzthermit nennt. Ich brauche Aluminiumpulver, das ich zu Kupferoxid hinzugebe, das Ganze durchmischen und fertig ist die Mischung. Kostprobegefällig? Doch was ist los bei dem Zeug? Warum ist es so aggressiv? Kupfer ist ein relativ edles Metall, das bedeutet, es hat keine Lust auf sein Oxid. Aluminium hingegen ist unedel und freut sich über das Oxid. Dadurch läuft die Reaktion zwischen Kupferoxid und Aluminium blitzschnell ab. Was geht da denn ab? Ich habe es für eine gute Idee gehalten, mehrere Gramm mitten in meinem Abzug anzuzünden. Der Blitz war so hell, dass meine Augen trotz der Sonnenbrille einfach weggelasert wurden. Uh, Kunst.